Jill Lange öffnete sich kürzlich über ihre gesundheitlichen Probleme. Die 24-jährige Reality-TV-Bekanntheit leidet an der Autoimmunkrankheit Morbus Baystow. Diese Erkrankung führt zu einer Überfunktion der Schilddrüse. In ihrer Instagram-Story berichtete Jill emotional, dass sie gespannt auf ihre Untersuchungsergebnisse sei. Nach dem Arzttermin wendet sie sich aufgewühlt erneut an ihre Follower. Ihre Blutwerte haben sich verschlechtert und Stress könnte eine Rolle spielen. Jill muss nun für ein Jahr täglich Medikamente einnehmen. Dazu kommen regelmäßige Blutabnahmen und Ultraschalluntersuchungen. Falls die Behandlung nicht anschlägt, könnten radioaktive Strahlen oder eine Operation erforderlich sein. Trotz ihrer ernsten Lage teilt sie ihre Sorgen offen mit ihrer Community. Jill zeigt sich hier von einer verletzlichen Seite, die Fans so noch nicht kannten. In der Vergangenheit galt sie in Formaten wie »Are you the one?« als unnahbar. Doch bei »Ex on the Beach« verliebte sie sich in Lars Maucher. Nach einem Jahr endete ihre Beziehung jedoch in einem öffentlichen Rosenkrieg. Jill warf ihrem Ex aggressives Verhalten vor und offenbarte, dass niemand solches Verhalten tolerieren sollte.